Ich weiß nicht, ob du das schon mal verstehst. Also ich hab mal mega, super, super gemacht. Ach, jetzt weiß ich was, ich hab auch ein bisschen warm. Und, ähm, so genau das Wittenmaß, das kommt ja auch in Englisch. Wow. Ja. Wittenmaß, die eigene Fotos treiben, Geschichte erzählen und so. Genau. Okay. Ne, ichzedel ja so. Ich so habe es nicht mehr gesehen. Äpfel habitieren. Machst du dir überhaupt nicht so Agora? Oder ob sie eigentlich tatsächlich nicht kann, doch sie einfach uzählen. Ich hab beide 3 Jahre angehängt.